Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mgoblade Boabend. Wir sind immer noch am Dörfchen, ähm, Ding? Ja, die Quest wurde abgebrochen, wenn ich nicht will. Gut, verwaltet dieses Dorf. Mühe noch einen Tag. Deshalb wollten wir hier hin, damit wir einen neuen kaufen können. Also, ja, bauen können. Das kostet einfach viel Geld. Naja, Getreide, Getreide, Getreide. Also, dann müssen wir mal kurz ein bisschen Zeit vergeuden, hä? Steht sicher. Es wird sicher dastehen, dass es fertig ist. Sieben habt ihr schon, Dorfbohlen, die begleiten. Gut. Ja, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 12.500, bisschen mehr als sonst. Wir müssen wieder Fehlgeld verdienen. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt ist Nacht. Ist noch nicht fertig, hä? Okay. Müssen wir noch ein bisschen Zeit vergeuden. Graf Klagus. Moment kurz, die sind nicht mit wegge... Ah, das ist ja keine Art Kergit, hä? Ah, das ist der König sogar. Haben die nur einen Dorfbohlen? Hm, komisch. Ja, bitte mach jetzt vorwärts. Ist hier wahnsinnig, gell? Ja, genau. Sterb mal ein bisschen. Ist halt schon zu übermächtig. Hey, macht mal vorwärts. Ist doch sich schon ein Tag vorüber. Hm. Ja, okay. Ein halber Tag, aber... Soll das jetzt fertig sein? Wir haben ja nicht von Anfang an den Tag geschaut. Okay, Nords können... Ah, Nords ist Reherding gewesen. Ah, jetzt ist vollendet. Gut. Jetzt müssen wir... Ja, jetzt müssen wir eine Wachtturm bauen. Ah. Okay, gut. Dann gehen wir noch ins Dorfzentrum. Und dann schauen wir, dass wir Geld verdienen. Egal ob Turnier oder sonst irgendwas. Aber nicht hier, bitte. Okay, er ist gar nicht so schlimm. Es war ja in... Braven. Das Böse. Ein Turnier. Ach nein, es war hier. Doch, es war... Also eins waren Braven und eins in Veluca. Was wir gemacht haben. Aber jetzt weiss ich nicht mehr genau was. Wieso hast du eigentlich König hier auch Veluca? Und schützt das Veluca und nicht Braven? Kann ich Braven haben bitte? Dich. 23 schon. Aufgaben? Welche Unternehmung? So ein Verlocke nach dem Feind spälen? Bist du blöd? Also die Kar ist manchmal furz dumm. Leider. Wir haben jetzt wieder kurz Anmerkungen. Gut. Aha. Spazieren durch die Straßen. Ja toll, jetzt lande ich wieder hier. Ja. Also. Bildmeister. Ja. Zwei Ansehen. 260 Gold. Sehr schön. Ein Auftrag. Nicht schon wieder Wein überbringen. Wer schickt? Das ist so weit weg. Okay. Ich mach einfach hier die. Ding. Ich wette es wird dann wieder Krieg mit dem Rodox geben und die nehmen Veluca wieder ein. Ah jenen haben wir alles umsonst gemacht. Ja. Ja. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Ja. Es wird wahrscheinlich viel passieren. Ich hoffe nicht dass ein Reich dann den König verliert und nur der König noch da ist. Weil. Weil. Äh. Ja. Der müsste mich dann beschützen. Oh je. Auch wenn es dann für Feinde das Königreich ist. Ja. Waldbanditen. So viele Banditen hier. Das ist ja Wahnsinn. Wir gehen im Rückweg gleich mal noch nach den. Äh. G7. Neh. Verrat von Rodox. Okay. Mhm. Ich bin jetzt einfach nach Wachig. Schon wieder eins. Schon wieder Rodox. Was machen denn die? Wieso? Wieso sind denn das so Verräter? Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht auf einen treffen, der zu gehen. weil ich schon ein bisschen Krieg haben will schon wieder ein bisschen Geld verdienen Wo ist Mechi? Hm, dort Ok Smirala Wird verhärt Mal schauen was sie machen Was macht er? Er flieht Ok Verstehe das jetzt gerade nicht LOL Soll ich ihn angreifen Ist jetzt nicht mehr Krieg? Wahrscheinlich ist gar nicht mehr Krieg Ich will mal kurz hier schauen ob wir noch Krieg haben Seitdem wir da einige Zeit her Elend Also ich muss schauen Anmerkungen Funktionen Not Anmerkungen Wieso Oberhand Und da haben wir noch nie Krieg gehabt Ok Scheinbar ist nichts Jetzt haben wir den Krieg Wieso haben wir den Krieg? Wenn man noch mit Kanad Kärgit Tja Kontroverse Null Jey Jey Schwiegervater Wahrscheinlich wegen dem Laden Hä? Weil ich ja so böse Sachen gemacht habe Nein kann nicht, wir haben ja weiter gemacht Also es ist Krieg Et tills J Polski Simon 어를 16 你有 vit Nечно Ss Was Wir erf Na Pod Professor Super Und Belagert die Stadt! Tarnt euch! Ah, easy! Danke, aber ich möchte eigentlich nur fliehen. Kann ich fliehen? Ich glaube, ich kann gar nicht fliehen. Ich hab einfach keine Waffen. Ja. Ich konnte nicht. Ich konnte überhaupt nichts machen. Kann ich nicht. Ah. Was soll ich jetzt machen? Mal kurz schauen. Wieso ist denn das so böse? Dieses Spiel ist einfach nur unfair. Nein, man geht ja ganz verlassen in die... Ach man, wieso sind... Ach man, wieso sind... Es ist so scheiße, ey. Was haben wir verloren? Genau. Wir haben sicher was verloren. Ich möchte nur diese Mission machen. Was ist denn zu schwer? Ist ja Wahnsinn. Nein. Wir haben, denke ich mal nichts verloren. Wir haben, denke ich mal, nichts verloren. Ich möchte jetzt diese Mission machen. Speichern. Speichern. Weil ich ja sowieso OP bin, ja, mache ich einfach diesen Kampf jetzt einfach als Geschehen. Ähm. So, ein Mach-Rack. Muss ich jetzt sein. Schon wieder. Stopp! Es ist unfair. Es ist einfach unfair. Die haben gute Waffen. Das ist ja Wahnsinn. Wie scheiße ist denn dieses Spiel manchmal? Ist wirklich scheiße entwickelt. Es geht nicht. Ich komme nicht rein. Wieso nicht? Ich will jetzt hier rein. Fertig. Mit der Mission machen. Ich schaffe es nicht. Es ist zu schwer. Es ist viel zu schwer. Und mit so einem Stab kann man auch nicht kämpfen. Wie haben die das Kampfsystem vom Stab eigentlich gemacht? Ist ja heftigst. Ich kann diese Quest nicht machen. Verdammt nochmal. Wie böse ist denn das? Noch wachig. Wie soll ich noch wachig? Ich werde jetzt die Dorfbauern killen. Ich werde jetzt diesen killen. Ich werde alle bestrafen. Alle. Durchgehend bestrafen. Es wird richtig nur noch böse Sachen gemacht. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das, das ist schon so? Einfach heftiges Spiel. Wie ist das denn? Wie ist das? So, jetzt kommt mir noch. Wie peinlich. Was hast denn du vertrunken? Kommt jetzt zurück? Wir müssen in Deckung. Die sind gefährlich. Los, Angriff! Keine Ahnung was wir sonst machen sollen. Warten? Nee. Wie mir heute sagt, keine Huska ist nix. Was? Wir müssen stärken die Waffen. Ich muss mal wieder ausbilden. Sie sind zu stark. Sie sind zu blöd. Sie sind zu blöd. Ich bin zu blöd. Nein, ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd. Jetzt ... Ding waren nur noch ... ähm ... ... ähm ... beretene. Was sind jetzt die Anderen? Ah! Da ist der eine Saison. Gut. Ja, vier getötet. Und wieso sterben die Rotox-Sperrwerfer nicht? Waffenknecht gestorben, so haben sicherheitlich gestorben. Sklaven auch selber gestorben, okay. Gefangene. Was ist geil? So, also es sind doch Huskale dabei gewesen, aber... Ja, tauschen wir einfach alles aus. Also die werde ich mal nicht ausbilden, die sind einfach Nahkampf. Ich bilde jetzt nur noch Fernkämpfe aus. So. So. Ja. Und das sowieso auch in dem Fall. Der ist, der wird nicht zum Briten. Okay, immerhin Geld verdienen. Weil die hier sind sowas von nicht geschützt jetzt hier. Das können wir jetzt einfach machen. Dass wir alle angreifen hier. Ich muss mir merken irgendwie, dass linksnehmende Dinge für das sichere Speicherstand noch ist. Linksnehmach. Speicherstand. Ja. Komm jetzt, du Böser. Man hat zu viele. Ich möchte schon... Ja, ich will einfach die Verluste nicht so gross machen. Würde ein anderer angreifen. Irgendwo ein anderer. Das ist ein Teure. Gehen wir mal ein bisschen zu Trailerock oder so. Trailerock. Ach ja, es sollte ja auch nicht so Böses sein zu denen. Weil sie sonst mal ein Dorf vielleicht angreifen. Ja, das ist mir egal. Das kann mir irgendwie ein bisschen egal sein. So haben wir Krieg gegen die Nords. Das ist ja Wahnsinn. Oh, mein Herz hat zwickt wieder. Am 11.11. kann ich dann... Ähm... Und er ist jetzt so toll. Eventuell am 12.11. Aber... Ja. Okay. Der Blion, was machst du für Scheiße? Ja. Ich hab noch ein bisschen hochgestülpt. Nur eins hoch. Machen wir mal das, ne? Ja, du hast nur Scheiß Sachen hier drin, ne? Machen wir mal... ...die Schäde. Was kann ich denn hier anordnen? Was ist denn Scheiß? Ich kann das nicht mal anordnen. Dann nehm ich das mal mit. So. So. Dann nimmst du noch mit... ... 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 noch. So. Okay. Reicht auf jeden Fall. Gut. Naja. Können wir die Quests nicht erledigen? Komm, Weibanditen. Alle Totschlitzel. Ja, es hat ein Ende. Tschüss. Los, Ritter. Alle Töten. Endlich einen neuen Flustpanzer. Manchmal denke ich so ein bisschen, die Entwickler haben irgendwie ein bisschen falsch gedacht. Das kann schon vorkommen, dass es einfach manche, äh, Dinge, Spielelemente nicht gut durchdenken, also einfach falsch denken, oder ja, das ist auch nicht. Also da gibt es vielleicht los. Aber wieso? Was macht denn dieser, ähm, hier? Einer da. Ist ja Wahnsinn. Macht nichts. Durchstechen. Nee. Ja, gut. Da ist ein Level ab. Komm, leveln wir ihn hoch. Ganz schlecht. Okay, wir haben schwache Sachen. So, dann nehmen wir die guten Sachen mit. Okay. Okay. Hier muss ich noch leveln. Ach, der Meisterbogen schützen kann man nicht hoch, stimmt. Rotox Scharf schützen lassen wir mal. Das Rotox Sergent. Nehmen wir einen Rotox Sergent. Ah, das sind die dann. Hä, die haben keinen Sperr mehr. Was haben die denn im Rücken? Hm. Ein Schwert wahrscheinlich nur noch. Oder ein kleiner Sperr. So ein Einhandsperr. Ist ja süß. Der einfach so groß ist wie der ganze hintere Teil des Zwerges. Das wäre wirklich größer als der Zwerg fast. Hm. Werden wir noch nicht. Also doch. Komm. Tun wir die rekrutieren. Dann bekommt das Dorf hoffentlich auch Geld über. Ich darf Eike haben. Oh je. Eike. Nein, bitte nicht. Gehen wir nach Eike. Okay, kurz. Quest. Also im nächsten Part müssen wir nach Eike gehen. Wir gehen jetzt aber zuerst hier oben. Mal schauen. Wieso bekommen wir eigentlich keine Burgen? Ich muss unbedingt mich irgendwie ein bisschen einschleimen bei ihm. Bei den anderen. Und bei den anderen, dass ich eine Burg bekomme. Ich brauche unbedingt eine Burg. Ist so wichtig wie in dem Truppeneinlagern und so. Okay, Schild's Quest. Beteigin. Okay, Schild's Quest. Beteigin. Decorate in wollt. Claw, Claw, Claw. Also ist der andere hier. Gehst du hin. so bist du so schnell ich bin doch schneller ich hab 5.3 und der 5.0 und trotzdem haue ich ihn nicht ein hä, war doch ein bisschen so gering ja, grau greift den an oh, du Idiot vielleicht mal Banditenlager suchen das muss hier sein naja, es lohnt sich sowieso nicht komm, wir gehen jetzt zuerst nochmal nach D-Rim ah, dort ist einer ja, greift diese 8 an, genau du bist viel zu langsam boah, dritte nach nochmals los, fest angreifen also, nach dieser Schlacht muss ich leider eine Part mal fertig machen nächster Part jetzt weiter direkt von mir haha, aber ich leide einen Tag später aber, ja, die D-Rim 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 Heheh Okay Hmmmm Gut Dann zum anderen Weihbanditen Und ich beende den Part jetzt Du Scheissreieck Du Scheissreieck Okay, nächster Part, sehen wir das, heh? Tschüss